Ich fang noch ein Jahr lang, irgendwann am Bluwein. Heinz Quermann entdeckte sie vor über fünf Jahrzehnten in der DDR. Regina Toss. Ihn und auch die DDR gibt es nicht mehr, aber Regina Toss ist immer noch da. Dies jünger, aktiver, frischer und tatkräftiger denn je. Sie feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit brandneuer Longplay-CD, die auch nach der Wiedervereinigung vor einem Vierteljahrhundert ihren bisherigen Erfolg als Schlager- und Chansonsängerin nicht nur auf gleichem Niveau halten, sondern sogar vielmehr noch kraftvoll und zielstrebig auszubauen vermochte. Hurra, wir leben noch, was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch. Liebe ist ein Haus für dich und mich ein Haus, ein Haus in dem wir miteinander wohnen. Rall gefüllt mit ihren bekanntesten Liedern von einst und jetzt, überwiegend neu abgemischt, remastered oder gar im tönenden Modus brandaktueller Neueinspielungen im Sound des Heute und Hier gehalten. Mit dir und das für immer, wir sind zwei Glückserfinder, haben so viel Spaß. Eine hervorragend zusammengestellte Sammlung von schönen, gefühlvollen und eindringlichen Melodien, dargeboten von einer lebenserfahrenen Sängerin mit perfekter Stimme und Ausstrahlung. Du bist Plus und manchmal Minus, du bist unberechenbar. Doch ich liebe dich so voll und ganz, denn bei uns, da stimmt ja die Bilanz. Danke, ja danke, ich dank dir für alle schönen Stunden. Danke, ja danke, wie viel hab ich durch dich gefunden. Toi 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 Records, wir wollen gehört werden.